ist das ein pokémon? moucha ist das ein pokémon? oh hier, das ist bei grandos, auch kleine friendos es ist ein fantasy 8 season 7 ist aktuell, ne? ja. alter, mach ich wieder nichts. er haut mit den auch knapp und er die latte ausweist nicht. boostet noch mal voll rein. perfekter schuss. ha, doppelsprung, mehr geht nicht. da geht der sofort hoch, das habe ich schon gesehen, wie er da hoch gelauncht ist. oh, steht wieder ein bisschen scheiße. das sind jetzt hier die totalen endgegner oder was soll das hier werden? yes! ja, schön. allein rauf geschossen, hätte er wieder zu 100% gehalten. zu 100%, weil er genau da das tor verteidigt. da hat er nicht mit gerechnet, deswegen hat er auch ein bisschen gepanikt. ja, ich glaube, er hätte sich verflickt einfach nur, sonst hätte er ihn vielleicht auch gehört. ja? dann hätte er da vielleicht, wäre er vielleicht deutlich besser hochgekommen, das stimmt. oh, du hast den so weggehauen, dass ich sogar Zeit habe jetzt. oh, ich hätte gleich hochgehen müssen. ich fahre nach hinten. ah, du bist das erst. schade. oh, Gott. oh, Gott, das schaffe ich nicht mehr. ach, doch. doch, schaffst du. ja. ich habe ihn die ganze zeit gesucht, wo ist er, wo ist er. weil er noch so hat oder wohl, alter. nee, mach mal nochmal, ich fahr mal mit. kack, vorsicht. jetzt ist es 2 gegen 1. ja, da machst du nix. da machst du nix, großer. oh, man. kriegt er da mit? nein. oh, ho, 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 ho. weil er, ich sehe ihn die runde drehen. geil. ja, wichtig. stark, stark, stark. oh, der macht den ganz weit, fuck. oh, eklig, der kommt hammer eklig auch hier reingeprallt, man. schön. oh, stark. oh, ich bin eine Sekunde zu spät. oh, man, er kriegt den noch vorbei. ja, es sieht so leicht wieder bei den Affen aus. ach, guck mal, er musste einfach nur noch irgendwie ganz billig berühren. mhm. wär egal, wie gewesen. sauber. krank. schön schneller Kickoff. da hat der andere sogar der Grandy länger abgewartet, weil er noch nicht wusste, wie er kommt. ach, ich weiß nicht, ob ich es schaffe bei dem. der macht ihn jetzt so doll. guck dir diese Scheiße an, die er da jetzt macht. ach, ich treff den Ball nicht richtig. das hätte auch ein Tor sein können. Mitte noch? ja. jawohl. oder du fliegst ihn einfach rein. das ist das dritte Mal, dass ich einen von den beiden fake, weil die so gierig sind. mhm. jawohl, sauber 2 gegen 1 jetzt. ich bin mit da. genau, versuch mal ruhig. den geh ich jetzt nochmal hoch. ne! sorry! oh, ich dachte du wartest noch kurz. ich dachte du fliegst vorbei, das war's safe. weil ich hab gesehen, wie du fließt und dachte, ne, den kriegt er nicht. denn versuch. weil der andere steht im Tor still, ne? da dachte ich, wenn der nicht hoch geht. ne, ne? Och, Mann! so ne dummen Fehler wie der Mann Kevin. oh, der kommt schon gepre-jumpt. er hätte ihn nur flach durchschieben müssen. oh, der verkackt auch. nein! bitte! ja, Mann! ich will den einfach back... wieso hat der Backboard nicht geklappt? ich war genau hinterm Ball. ich hab mich so schön platziert... äh, weiß ich nicht! der hat den gehalten, oder? ja, glaub ich auch. der hat einfach gar nicht geklappt. schön schnell, da bin ich hoch. das war echt wichtig. da bin ich nochmal hoch. ah, ne! ah, ne! ja, das wird wieder weg vergeben, die Scheiße hier so hart. fuck, Mann! jetzt zuckt, Alter! ach, schmutz! ah, ne! weissen Ding finde ich ganz nice! ich hab äh, bei gelb oder bei orange habe ich den gelben drin und bei blau habe ich weiß drin. ja, genau, diesen weißen, den fühle ich. der kommt. okay, was hat das denn für ihn schien? boah, ich versuch gleich nochmal. ich wollte eigentlich den Ball spielen, aber... ah, ich bin hinten, alles entspannt. oh, schön nochmal gestört! ganz wichtig! da kann er sich nämlich verpissen. ich traue mich nicht. er ver... scheiße! der andere will mich zerstören! ja, er prejumped so. ich versuche mal mit wenig Fuß zu schlafen. und dann verpiss ich nicht wieder. der macht aber risky scheiße. geht er da gleich hoch? ja, ne? der spielt er mir aber auch einen Pass, ey! er kommt schon. oh, schön ihn ausgenommen. ich bin dann mit. vielleicht kriegen wir irgendwas hin. ja, und wie er auch abbauen ist, alter! jawohl! gerammt! haben wir ihn nochmal! oh! großart! nein! nein! das wäre so geil gewesen, alter! oh, beide so hops genimmt, alter! alter, das kann nicht wahr sein! wer will dich zerstören? sauber, männer! oh, er fährt zurück einfach! scheiße! oh, jetzt hab ich den Boost nicht! ja, ich hab nur gedreht, alter! irgendwie den noch ausgespielt, großer, mit meinem Boost! naja, jetzt bin ich ja leider mit dem... mach Rückpass oder so! jetzt bin ich natürlich auch! das ist immer so unlucky, alter! ich sehe, dass du den Rückpass nicht schaffst und in der Situation entscheide ich raufzufahren! und ich hätte durchfahren müssen einfach! dann wäre auch alles gut gewesen! aber... ich will da irgendwie so einen aufgeregten Drecksmüll machen, das mich schon anstecken von den anderen mit so einem Schalt! ja, ja, mit diesen ganz schnellen Spinnerinos denn da noch schnell... äh, wo wollte er jetzt hin? äh, ihm war der Boost deutlich wichtiger grad in dem Moment! no! jetzt zieht einer, kommt er durch! alles wieder auf null! hier der Ball! und er! oh, scheiße! ja, Digga, lass ihn mal schießen! weiß ich jetzt nicht! pop smoke, alter! wird trotzdem nix! er ist... er macht so Auge! ich habe ihn aber gerammt, volle sau! open net! dadurch habe ich ihn so gerammt! du Hund, alter! weißt du nicht, wieso er nicht kaputt gegangen ist! ich weiß es wieder nicht! aber ich habe ihn wenigsten gerammt dadurch! oha! boah, Digga! ja, ich stehe halt mit zu wenig Boost da dran! fuck! ja, der hätte ich... ja, scheiße! ich weiß damit nicht, was man machen sollte! ich weiß es nicht! keine Ahnung, alter! dann muss ich einfach... hochgehen! ich bin vorne! oah, ich krieg dich nicht vernünftig! nein! nein! warte! ja, ich... johohoho! inzappen! oh, shit! da geh mal an, wie wird jetzt, alter! stark! jawohl! ja, den konnte... er war so dicht unter die Deck! schön! er hat kurz gezögert, dich anzugreifen! und dann hast du schnell gemacht! und dann hast du gleich schnell gemacht! da hat er kurz keinen Gas gegeben! boah, war das knapp! sah aus, als wenn er geschliffen war! gebrochen waren sie nochmal zum Schluss! ja, die waren aber auch gar nicht schlecht, muss man sagen! vielleicht... auf jeden Fall der andere hat gute Mechanics gehabt! weiß nicht, wahrscheinlich der mit den mehr Punkten... ja, der... ja, der... ja, der... das... ja, der... Vielen Dank.